Der Juncker und der Schulzeitpartei haben immer viel über die Wahlen ein Sozial-Europa versprochen. Nur die Wahlen haben sie dann direkt daran vergessen. Man hat aus Europa so unsozial wie noch nie. Und alle feiern der Jugendlichen ab. Sie sind wohl nicht kapabel gewesen, an den letzten 25 Jahren Sozial-Mindest-Normen anzufeiern. Wir brauchen ein Europa für die Birger und nicht für die Multier. Multier nur in die stärkste Lobby zu breiten. Wir brauchen ein Europa für die Klänge-Entreprise. Und dafür, Mama Europa, mehr Lützebüch, Weltadier, Lichtfeier.